Also rein prinzipiell am Radio machen würde ich sagen, dass Leute unterhalten. Das, was mir am meisten taugt. Also das Arbeiten hier, das ganze Team ist einfach ein Wahnsinn. Mit all diesen Menschen andere Leute zu unterhalten, also ob das jetzt eine Comedy ist oder ein lustiger Beitrag oder auch einmal vielleicht etwas Ernstes, was Leute zum Nachdenken bringt, das ist sicher eines der schönsten Dinge und eines der schönsten Gefühle. Wenn man dann vielleicht auch noch herangesprochen wird von Freunden oder von Familie auf die Dinge, die man gemacht hat im Radio, das ist sicher ein sehr besonderer Moment. Also das ganze Land ist sicher von den Geschichten der Menschen spannender, weil es halt einfach echte Geschichten sind und in jedem Break kommt irgendwas Neues vor und man sich denkt, was Wahnsinn, das ist ja wirklich echt überraschend oder auch lustig oder manchmal auch emotional. Im Wecker ist einfach die Bandbreite der Themen sehr spannend, dass man einfach wirklich jedes Thema, das Österreich betrifft, in der Früh, wo die Leute aufstehen, was sie gerade in der Zeitung lesen, irgendwie einfangen kann. Merci. Dr. Dr.? bin Vielen Dank.